Servus, Leute! So, Olzdorf, Kobold, Reibkopfkanäle, 20 Stück von Feischl. Wo sind sie? Das sind deutsche Kracher für Wecker. Ok. Und warum? Ippenburg-Pirotechnik, Göllheim, auch schon, SF-Reibwein, Sachsen-Feuerwerk. Ok. Interessant, dass die so zusammenarbeiten immer. Ja, haben sie da alle wieder zu der Zeit. Mal gerade nicht wundern, das ist die Sirenenübung. Ja, Samstag ist. Samstag ist, da lassen wir es knallen. So, so. Und der Wahnsinn halt. So, ja. So, ich gehe jetzt her. Achso, kannst du mir so eine Schacht der rechten nochmal geben. Einmal reiben. Ah, ja. Und da geht's. Weil das wir halt einen U-Krim haben, den Rest kann ich nicht mehr voll jetzt. Ja, ja. Kein Stress. So, schauen wir mal, oder? Eine Nasche noch. Na ja, ist aber nichts gescheit, ne? Ja, ist halt Schwarzpulver. Ja. Aber wenig platzen das Mittel auch. Naja. Ja, der ist jetzt verhofft. Ja, wo besser. Ich glaube, wir sind ja so verwöhnt mit den BKS-Reibern gewesen. Ja, voller Fälle. Ja, Österreicher wieder. Ja. Na ja. Viel passt da auch nicht rein an Schwarzpulver. Ja. Obwohl, wenn sie den mal gescheit voll fühlen. Ja. Ja, aber ja. Passt schon. So, die nächste zwei noch. Bam. Und wir sind echt alle aufgeben. Ja. Ja, ja. Das klappt. Das passt schon. Wieder, wieder. Ja, das waren sie gewesen. Die Karacho alias Deutsche Kracher von Sachsen Feuerwerk WK. Aber das war's gewesen. Also, bis zum nächsten Mal. Und zu Fuß. Hier wurden vom WM별로re C creo Das ist eine日本in blandes im Ja, ganz klar. Ich fühle mich. Und vor dem hin,